ein herzliches willkommen hier bei der zweiten liga mit power league 2 so heißt es ganz genau ending ist wieder mit dabei hallo steuerte die venediger auf das war jetzt nicht gefasst ja wenig bildet den vierten platz lincoln den siebten ja wir haben über die scouts ja geredet da ist ein kinder sicher dass ich da zweimal zusetzt sicher schon im auge des ein oder anderen betrachters was natürlich auch wo jetzt nicht nur scout sondern auch eben jugend spieler oder was ich gesagt spieler der saison saison jugend spieler wenn sie sich da reinhauen können oder welches mal in den top 10 schaffen ja ja vielleicht auch rosen vielleicht 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 ja da ist mit der wie einer der weniger top stars die da jetzt mit seinem dritten treffer das 1 zu 0 einleitet er auch maßgeblichen anteil mit drei treffer beim austria im cup ja generell wird die erste transferphase sehr spannend werden welche stars es halten wird welche essenziellen spieler es beim vereinhalten wird welche vielleicht überraschend wechseln welche neuen stars kommen werden und welche überraschend bleiben aber generell halt auch überraschend wie es aussehen wird wir wieder aufsteigen wir werden wieder absteigen ja jetzt wenn ich dich ein bisschen am drücker anders sind gut gemacht ah ja 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 und Lincoln City und Lincoln und Exeter haben hier etwas geschafft was keine andere Mannschaft geschafft hat wir sind von der vierten liga genau gleich in die zweite aufgestiegen ja ja aber Exeter ist ja da unten noch dabei also die müssen aufpassen dass sie nicht für den dritten absteigen gut Lincoln City auf Platz 7 ist ja auch nicht grad sicher ja aber die haben schon drei Punkte Abstand ja ja Michael Postwick ein tollwerk in der Verteidigung ja vor allem Lincoln City stark gestartet gegen diesen Sieg uuuuuhh nein uuuuhh ja gegen die rangers ja da konnten sie überraschen die waren gefährlich jetzt aufgefischt uuuuuhh das wurde ganz gerade die waren gefährlich jetzt aufgefischt die waren nicht abgefischt da hat nochmal mit dem Kopf hingehaut ok uuuuhh sehr stark uuuuhh 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 tue uuuuhmm uuuuhh uuuuhn uuuuhh uuuuuhh uoooo uuuuhh Ja, ein Tor ist nicht viel. Oh, schön. Eckball noch vor Ende dieser Halbzeit. 1-1-1, ja. Oh, das war ein super Reflex vom Torwart. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja. So, aber nicht nur Akinde ist hier eigentlich gut angekommen. Man muss auch sagen, dass Ucha auch hier gut spielt. Ach, ich weiß nicht, ich bleib da mal so. Oh. 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 Ja, schön, überzahl jetzt, ah, voll, weil es so hingefallen ist, ah, nein, genau, ich habe gehofft, dass ein Ball noch weiterleiten kann, also das Ding genau in das Spiel reinklettert, das andere Seite hat er weiterleiten müssen. Schön. Alter. Ich bin ein bisschen planlos jetzt, muss ich sagen. So, doppelwechsler. Ah. Ups. Ja, heiße Phase war das jetzt hier. Alter, da schießt schon alleine, wenn es lang dauert. Oh, pfff. Falsche Richtung Kamera. Nein. Oh. Oh. Schön. Ist da noch jemand auf der anderen Leitung? Ja. Sein erster Treffer, McCartan. Da hat sich Utscha viel Zeit lassen. Hat gewartet. Ja, der ist uns ja noch ein Begriff McCartan. Oh. Oh. Das Mal ist er nicht zu schnell, Gott sei Dank. Das Mal ist er nicht zu schnell. Mit Karten, gell? Ja. Wobei, schnell ist er trotzdem auch noch. Ja, aber nicht so wie damals, dass er jeden davonzogen ist. Ah. So. Ja, Ausgleich. So. Durchschnitt zu geht. Oh. Sehr schön. 2 2 1 das gibt es nicht ja das ist bitte für den köln jetzt war ich zu überrascht schade schade noch hektisch über die jetzt das ist ja Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, trotzdem, aber Lincoln City lässt hoffen. Die spielen schöne Partien, die spielen gut, die spielen gut mit den Matches. Ja, somit ist der neue Stand Paris vor Venedig vor Wiesler, Krakow vor Rangers, vor The Celtic, vor Sport, vor Lotte, vor Lincoln City, vor Chicago Fire, vor Exeter City und das Schlusslicht bildet Pogon Stettin. Ja! Ah, jetzt hab ich wieder drückt. Ja, ja. Damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann noch dran. Ciao! Ciao!